Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Marcel Bloch und heute spielen wir FIFA 23. Wir machen das UEFA Champions League 2023 nach, das Finale. Es ist ja noch nicht, aber wir spielen es einfach. Und mein Freund ist Inter Mailand, ich bin Manchester City. Damit würde ich sagen, es geht los. Ihr hört's gut? Ja, das Finale 2023, Manchester City gegen Inter Mailand. Es geht los, let's go. Ich will mal kurz, ich mach leiser. Es geht los. Mein Freund hat den Ball, aber jetzt nicht mehr. Ah, doch. Oha, oha, oha. Ah, schade, wer da durchgegangen hätte ich vielleicht als Manchester City ein Tor geschossen. Digga, die brauchen gefühlt so lange zum Passen wie keine Ahnung was. Erstmal wegschubsen hier. Ah, schade. Erstmal umgekrischt. Nein. 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 Wichtig erstmal, Leute. Oha, Kevin De Bruyne hat ihn. Kevin De Bruyne hat ihn einfach. Hat ihn einfach noch. Nein, was kann ich sehen. Oh, na, Dingspunkster. Oder wie der auch immer heißt. Der erste Schuss in der Wafer Champions League, also bisher gerade. Oha. Schade. Inter Mailand ist auch ganz schön gut mit ihren gelben Trikots hier. Nein. Manchester, Manchester. Nein, nein, nein. Wichtig. Wichtig. Wir haben die Balle übergebrochen. Ja, nein. Das war dumm, dieser Pass. Der hat ihn einfach gepannert. Oha. 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 Ja. Perfekt. Abseits. Wichtig und richtig. Nein. Nein, nicht richtig und richtig. Nein, nicht richtig und richtig. Gewinn. Meine Ding. Wir drücken schon zur... Ja, hier seht ihr es nochmal. Meine Abwehr war einfach nicht mehr am Leben. auf jeden Fall. Ja. 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 Was ist denn jetzt schon wieder... Was ist denn jetzt schon wieder... Können meine Spieler wieder wach werden? Wichtig. Wichtig. Sie werden nicht wach. gerührt. Genau. Schmisch. Erstmal abgeblockt. Erstmal abgeblockt. hier. Ja. 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 Gefühlt, es ist ja niemand hinten von meinem Team. Wichtig. Wichtig. Kevin und Bräune. Nein. Nicht wichtig. Wichtig. Und gefühlt, niemand rennt nach diesem Ball von meinem Team. Wichtig. 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 Wichtig und richtig. Wichtig. Oha. Oha. Bitte. Ja. Wichtig. Und 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 und. Oha. 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 Nicht gut? Nein, nein, nein. Ja, okay. Ja, schisch. Jetzt komm. Ab wäre erstmal wieder ganz krank unterwegs. Wäre das jetzt ein Tor geworden? Also, warum dann? Hätte ich diesen Tor erstmal hier gekündigt. Aber gute Parade von dem Typen. Ich glaube, es wird ein... Ein bisschen schnell hier arbeiten. Schnell, 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 schnell. Nein. Unwichtig. Er lacht erstmal wieder. Oh, wichtiger Schuss, aber leider verfehlt. Es sind noch ein paar Minuten. Ein paar Minünchen. Oh, wäre er nicht da gewesen. Kommt. Wichtig, 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 wichtig. Nein. Unwichtig. Grätschen hier. Das geht ja mal gar nicht. Nein, nein, nein. Wichtig. Abseits. Wichtig, wichtig und richtig. Oh mein Gott, wie lange es auch braucht, bis dieses Abseitsding erklärt wurde. Oha. Nein. Oha. Wie lange braucht es bitte, bis du schießt? Ich hätte vielleicht mit... Wir wählen den Gewinnern dieses Wettbewerbs. Ja, also hier hat Inter Mailand gewonnen. 1-0. Damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ciao Leute. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und nochmal ein Ciao von meinem Freund. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüü.